Ich hätte gerne meine alte Waffe zurück. Die fand ich besser. Und hier hing irgendwo so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ich das getroffen habe. Da. Hier auch. Puh. Ich weiß nicht. Sollte ich da schon hingehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir, warte noch. Hier sind aber auch überall die Typen. Boah, ich habe mir natürlich wieder genau die falsche Waffe ausgesucht für den Anfang vom Kampf, ne? Das ist wieder typisch ich. Upsi. Ja, was ist das? Gute Frage. Frag gerne nochmal. Boah. Ich überlege gerade, ob es schlau gewesen wäre. Jetzt nochmal zurück zu gehen und die Waffe zu wechseln. Aber das ist glaube ich zu weit. Ah, wir kommen leider immer zu spät, um die noch zu retten. Aber für ein bisschen Randale bin ich immer zu haben. Oh, Geld. A teacher today was looking at my phone and they were like, why is your phone in a different language? Oh. And what did you tell him? Party. Hey, hey, langsam. Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Ahnung. Ich töte alles, was ich bewege. Moment. Ich schau mal nach. Bestätigt. Haltet sie in euch. Halt sie nicht mehr. Ja. Du mich. Ist klar. Nur Pilze. Will Lara nur nicht haben. Wir können uns leider auch nicht heilen. Ich möchte diese Dinge eigentlich gerne benutzen. Wo ist der Weg? Das ist der Weg. Okay, das heißt, wir gehen erstmal zurück. Uh, ist das Geld? Nein, das ist kein Geld. Schade. And I was liked because it is. Okay. Oh, man. Okay, mein Freund. Du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügel, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, dreh dich einfach zur Wand rum. Sie werden angegriffen. Halt. Renata. Schweine. Wind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Ja, ich sehe es ja schon, ne? Ähm... Sie ist von da drüben versperrt. Lara, wir müssen irgendwie an der Blockade vorbei. Wunderbar. Hast du uns was zu erzählen? Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Nur alle. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Es ist weit vorbei. Danke. So. Okay, your story with your teacher sounds kind of funny. Oh, Lara will natürlich das Geld haben. Das ist klar. Ja, ich habe das schon gesehen. Wir müssen uns hier direkt erstmal wieder frei durchräumen. So. Hier hat Lara wieder was zu lesen. Will zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Es muss wie ein Paradies gewirkt haben. Juhu. So. Ja, ich würde sie ja freisprengen. Aber dann spreng ich die doch gleich mit durch die Gegend. Und ich gehe da jetzt auch mal jetzt noch nicht hin. Oh. 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 Granatenpfeile. What the fuck. Aber ich liebe es schon ein bisschen, muss ich sagen. Wieso will sie das nicht mitnehmen? Nur weil da Tücher drin sind? Lol. Okay. And I was like in my head, do you really have to question everything about my phone? They thought my phone time isn't in the UK time and I'm like, yes it is. And then they started pointing out my phone language. Wow. Sounds interesting. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Der sieht ja lustig aus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Papagei. Das soll ein Hirsch sein. Ja, wahrscheinlich, ne? Warum auch nicht? Weg von der Tür! Danke, Lama. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Uhu. Äh, ja. Jetzt sind wir erstmal wieder dran anscheinend, unsere Eskalation weiter zu treiben. Finde ich gut, finde ich gut. Aber ich hätte gerne meine andere Waffe. Ich mag die hier nicht. Uh, perfekt. Das ist super. Wir hören hier einmal kurz rein. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Einer von ihnen ist verschwunden. Er scheint eine wichtige Person gewesen zu sein. Ja, wer ist das denn wohl? Hm? Ich verstehe es nicht ganz. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe. Münzversteck. Ja, die Münzen nehme ich. Wie immer. So, ich mache mal auf leise, denn Lara möchte sich anscheinend nicht unterhalten. Dann nehmen wir erstmal wieder diese Waffe, denn die finde ich besser. Und wir machen hier irgendwas. Was kriegen wir hier? Erhöht Schussfrequenz. Ja, das braucht das Ding auch. So, Inventar haben wir nicht. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Boah, also gibt es keine Headshots mehr. Das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen. Boah. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ja, komm, wir machen das. Und dann haben die Studenten gesagt, warum ist dein Telefon in Deutsch? Und ich bin in meinem Kopf. Shut the fuck up. Do you really care? Ja, sie machen das. They wanted to have the tea. Wo ist das Münzversteck? Oh, hier. Da müssen wir hin. Das ist unten. Braucht das Geld. 15 Münzen. Oh, wie viele haben wir denn jetzt? Wir müssen eigentlich viele haben. 95. Oh, oh. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Vorratsschuppen. Das ist eine super Idee hier, Spiel. 1a. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Interessant. Sie waren zunächst Fremde in diesem Land, aber sie gaben weiter, was jede Generation lernte. Interessant. Ja, Lara, einfach perfekt, was du da wieder machst. Ich komme aus Hörtland, ich kann sprechen in Deutsch. Wow. I hope they were impressed about it. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen sie Trinities Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Ja, Lara, das können wir gut. Das ist ein selbstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Interessant. I don't think they cared. Oh. Falscher Knopf. Das ist ein sehr Wichtiges. wohin rennt er so packt mich nicht ab zum glück habe ich jetzt die gute waffe wieder ich will mich hier trotzdem immer in aller ruhe umschauen weil hier liegt überall zeug rum ich muss sagen aber man hört hier sehr sehr viel das mag ich nicht so gern das ist immer sehr sehr viel so weiß ich nicht sehr viel gequatsche und ich mag das tatsächlich nicht ganz so ok ich weiß nicht wie wir die dinger herstellen wenn ich ehrlich bin okay davon können wir nicht mehr machen so imagine that teacher told me to put my phone into english and i would be like oh no this is my phone and i will do whatever what i want with my phone yes that would be weird das war jetzt nicht so schwierig es lang es i understand what my phone is telling me and they don't even know what i can speak that i can speak in german yes that's right so ach manche menschen ich sag's euch interessieren sich auch immer nur für das was andere tun was schon ein bisschen nervig ist was immer ich da gesehen habe es gefällt mir nicht ja ist aber gerade eigentlich ganz spannend die waffe mag ich wirklich viel viel lieber wer auch immer du bist bitte hör auf mich zu nerven wo ist das geld ich hoffe schon kann nicht verwendet werden weil feinde in der nähe sind wo denn die sind am arsch der welt oh i have no idea why my teacher was making a big deal out of this yes same he should care about his own phone ich Costa oberhand gut gemacht die helikopter müssten bald da sein Sie sind hier. Geschafft. Lara, bist du da? Kreaty überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt. Haltet durch. Schon unterwegs. Ja, natürlich. Lara muss das alles wieder machen, weil der Rest hat ja nichts zu tun. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Aber das war gerade schon ganz spannend. Natürlich müssen wir uns hier jetzt wieder was anhören. Ganz klare Sache. Sie müssen große Risiken eingehen, nur um an das Notwendigste zu kommen. Diese Leute sind durch Entbehrung gestellt. Oh. Das war ja ein komischer Satz. She had no reason to care about my phone language. Yes, that's correct. I agree. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas bekommen, was wir hier jetzt benutzen könnten? Turmhof. Will uns Lara was erzählen? Anscheinend nicht. Ich brauche eigentlich... Ach, ich weiß nicht. Höhere Schussfrequenz ist eigentlich eine gute Sache. Oh, wir können uns noch mehr leisten. Was haben wir denn bekommen? Ähm, verbesserte Auswerfer. Ja gut, das ist auch gut. Wir können uns noch mehr leisten. Großraummagazin. Ja, warum nicht? Wir haben ja sonst nichts im Leben. Ähm. Keine Punkte. Oh, I'm smart. Pistole, gleich Pistole. Yes. Äh, so smart. Ja. Oh, wir können uns noch mehr machen. Hier ist nix vorbei, ne? Das glaube ich aber nicht. Was ist das? Aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Die Überlebenden des Sturzes von Kitesch mussten die Stadt verlassen. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da bin ich aber überrascht. Oh, hi. Was denkst du von Granaten? Ne Gutes, denke ich, ne? Ja. Hätte ich mir gedacht. So. Da war der auf einmal ganz schnell. Da hat der einen Abflug gemacht. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Oh, oh. Überraschung. Überraschung. Ja, Lara, ich schlage vor. Wir nehmen den Laden einfach direkt ganz auseinander. Gar kein Problem. Bin ich immer für. Wer sind Sie bitte? Wen halten Sie sich? ist er tot ich hoffe oder auch nicht so jetzt muss ich hier einmal oder auch nicht ich wollte gerade auffüllen das war jetzt nicht so schwierig ich wollte noch deren munition haben naja man kriegt nicht immer was man will ne vor langer zeit brachte unser prophet die göttliche quelle in dieses tal meine vorfahren bauten kitesch um sie vor der außenwelt zu schützen wozu denn was ist die göttliche quelle jacob ein artefakt aus längst vergessenen zeiten wir glauben darin ist ein fragment der seele gottes der legende nach erhielten jene die die quelle erblickten die unsterblichkeit aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer macht ja sie wollen ihre dunkleid über die welt bringen mit der quelle wären ihre soldaten unbesiegbar helfen sie mir sie zu finden bevor sie es tun das ist nicht ihre bürde doch natürlich mein vater ist dafür gestorben sie können ihre innere lehre nicht füllen sie können sie nur freigeben ich werde sie finden mit oder ohne hilfe warte so viel lass mich gehen ich muss tun was ich kann du hast blut für uns vergossen ich will dir helfen du weißt wo der atlas ist die kathedrale die unterirdischen archiven aber dahin folgen wir nicht wieso was finde ich dort da sind andere die unsterblichen sie töten jeden eindringling mein vater glaubt sie werden schöne die stoppen darauf kann ich nicht warten ich weiß hier nimm das damit schaffst du es zur kathedrale wie wärs mit danke mal wieder unhöflich die gute lara was soll ich sagen so kennt man sie ne ich muss da runter da ist ein rucksack ja wir machen jetzt auch nicht mehr so lange ich würde sagen noch so zehn minuten dann gehen wir rüber zu gta denn der stream geht heute tatsächlich auch nicht so lange denke ich also ich habe ja eigentlich relativ früh angefangen hat nur nicht viel gebracht denn mein vorteil hat sich so ein bisschen lol erledigt als ich den streamler starten musste deswegen ja ich denke mal wir machen so bis halb elf oder so halb zwölf werkzeuge aber eines tages werden wir es brauchen um die sowjetwaffen zu reparieren in harmonie mit dem land zu leben bedeutet selten harmonie mit unseren mitmenschen obwohl sie mit der welt im gleichgewicht waren waren sie immer auf einen krieg vorbereitet tja so ist das ne i'm not asking for you to do it just a question about it wow i'm not sure about your question we will see okay so okay ja hier sind wir schon mal durch ich könnte nochmal zurückgehen wohin ist nicht der weg okay okay ah das ist wahrscheinlich einfach nur um zurück zu gehen ganz stumpf okay okay what game are you gonna play after tomb raider is it another tomb raider i don't know i'm not sure tja maybe it will be tomb raider 4 i was thinking about it but what i'm not sure if i'm ready to break my fingers again so what okay okay ich nehm ich mach mal auf laut ich habe mich an eid ihrer vorfahren gebunden eine pflicht aus der vergangenheit aber ich sehe ein volk das nur in frieden leben möchte ich glaube sie sollten die vergangenheit loslassen wenn ich den atlas finde führt er vielleicht zur göttlichen quelle wenn ich sie von hier fort bringe müssten sie nicht mehr leiden sie könnten die bürde der wahrheit mit der welt teilen aber wenn das alles zu nichts führt weiß ich nicht was ich tun soll oh hier sind die sachen okay die brauchen wir als nächstes die sind bei jäger drin gut dass ich das jetzt weiß what about red at redemption one i think this is just available for xbox 360 right i'm not sure lara lass los ich will doch nicht ganz runter okay and playstation yeah i think that's a little problem es gibt kein besseres fleisch als wildschwein schwarz wie die erde und sehr üppig aber das Jagen der verdammten viecher ist nicht sehr erfreulich jetzt im hellen werden wir als gruppe jagen und gemeinsam ein wildschwein erlegen wir schlagen von den verstecken im tal aus zu von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Mhm. Wildschweine sind wohl schwer zu erledigen, aber das Risiko wert. Ja, wir haben doch schon selber welche erledigt. Das war gar nicht so schwierig. Liegt aber auch daran, dass Lara einfach jedes Mal eskaliert und dann, ja, alles killt, was ihr nicht gefällt. Ich glaub, das kann man so sagen. Ja, ich glaub, da sollte ich mich nicht runterbegeben. Zumindest erst mal noch nicht. Oh. What about Dying Light? I thought about playing it. but I think I've played it exactly one year ago the last time and I don't know. But there's now a Dying Light 2, I guess. But I think I will first play the first part of it. Da müssen wir hoch und nicht da lang. Okay. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Aliyah verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Ich musste eben ein bisschen lachen, als Lara auch am Feuer meinte, die Leute sollen sich irgendwie, weiß ich nicht, lossagen oder so. Da denke ich mir nur so, ein bisschen Doppelmoral hier. Aber ja, Jacobs Pflichten bedeuten, dass er sich absondern muss. Er muss so objektiv sein. Interessant. Ach, das ist hier alles wild. Oh, eine Karte. Oh, oh. Wo bin ich hier wieder gelandet? Oh. Hä? Sie leben gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf angenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Oder so. What about GTA Vice City? Oh, it's my favorite GTA game of all time. But. It doesn't work that well on PC. So. I think that's a little problem. Why? Because there are a lot of bugs and stuff. And it's just not... Oh. Optimized for Windows 10 and Windows 11 and stuff. What's wrong with it? A lot. Trotz. Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas stehen. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Aber ich will einen Spaß haben. Moment mal. Das sehe ich mir an. Moment. Da wir hören. Gesäger. Was? What about GTA SA? That was like... I think GTA San Andreas was more worse than GTA Vice City. There were a lot of problems. Ach ja. Lustige Zeiten waren es. Ich sag's euch. Als ich die Spiele gespielt habe. Es war einfach nur wild. Kann ich nicht anders sagen. Aber es war schon lustig. Ich muss sagen, ich vermisse es schon ein bisschen manchmal. Also ich liebe die alten Spiele. Resident Evil 6. Resident Evil Code Veronica. Oh, this shit is so old. I still want to play Resident Evil 5. But there's like a co-op modus. Where you can play it with a friend. And Acid Blues asked me to play this. Like, I don't know. Maybe like 5 years ago or something. But it never happened. So I think I still have to wait for her. To play this. Who asked you? Acid Blues. The one, the girl that was in the stream. In the GTA stream. A few months ago. I think I still have to wait for her to be the best. Ich fäcke alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben mir draußen das Sagen. Aber irgendjemand anders ist der große Drahtier. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin. Ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Ruhig. Und dann auf, auf. Ihre Rodermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger. Alles in Ordnung. Verstanden. Okay, ich denke, hier ist ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle schon mal auf YouTube. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir hier durchkommen durch dieses Dorf voller Eskalation. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.